Blei, thank you, Adam, Muck. Ja, mit dir los, Junge. Da unten wird schon wieder geschossen. Wir sind doch gerade aus Reihen, Alter. Das ist doch unfair, dass die alle da schon... Die waren schon, genau. Was haben wir für Exits hier oder so? Wunderbar. So, dann gehen wir wieder ins Hotel. Ey, 15. Bitte jetzt hier 15 Stück. Und dann ist gut, Mann. Das hält man da nicht mehr aus. Aber ich muss sagen, bis jetzt wirklich nicht. Ne, 97 FPS. Ja, hier auf der Straße. Mhm. Mhm. Schleichen wir uns wieder bei Kolendai vorbei, ja? Ja, ja. Du rüberst nicht hier mit der Straßenbahn? Ja, ja. Da tun wir oder was? Da wollte ich vor uns eigentlich schon raus, aber... Na ja, hast du etwas Weg gespart. Da kamen die fünf drei. Idioten, ey. Die drei lustigen fünf. Mhm, die waren's. Ich weiß es nicht. Da steht kein Mensch. So, jetzt ist es wieder so weit, dass es ruckelt. Irgendwie. 58, GPS. Ja, heu. 47. Alter. Warum? Ich weiß es nicht. Hier ist er nicht. Jetzt hat er sich wieder hingelegt. Was. Mhm. Das ist eine Plattform auf das Fenster. Denkst du. Na ja, kriegt man hier nicht. Wir haben hier die Tür reingemacht, die ist besser. Bump, ganz dumm verknallen. Ja, das war einer. Okay, war gut. Hier kommt was zu Treppen hoch, gleich. Bei mir einziehen, oder? Hier hinten, wo wir hoch sind. Du musst noch quaken, da hinten los ist nichts. Fast umgelegt. Ja, kommt noch einer hoch. Ja, macht kalt. Das wäre eh keine 35 Meter für mich gewesen. Wie viel die brauchen vor allen Dingen, Alter. Irrsinn. Ist nur M855. Ja. Das ist schlimmer als ein PMC, was die hier vertragen. Auf jeden Fall. Jutta setz ich seine Maske auf. Haha. Brauche ich eh noch. Was denn? Die alten Maske. Ja. 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 Läuft doch nicht immer weg, Mann. Das ist die Quest, Alter. Wenn ich ihn nochmal mache, dann erschieß mich hier im Spiel. Okay. Ja. Ich bin dran. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. war es einer. Ja. Gut. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wenn es so weiter geht, schaut man es vielleicht. Das geht mir auch so richtig auf den Keks. Du bist... Du bist dabei hier vielleicht... Aber jetzt läuft er wieder weg. Jetzt seh ich nicht mehr. Du kommst. Und was ist das? Erwartet er sich. Wartan. Ist ja dumm. Das klang gut. War das 35 mehr? Ja, ja. Müssten. Nee. Was? Das waren keine, hätte ich aber auch gedacht. Knapp. Ganz knapp, aber... Bestimmt. 34,8. Na, hatte ich heute schon, Alter. Hatte ich heute schon. Genau 34,8. Ey, das müsste doch 35 sind. Ja, hätte ich mir auch gedacht. Und da hinten? Das sind doch nicht normal in der Birne. Blöde Sniper braucht bloß noch einen Treffer, denke ich. Dann fällt er um, aber zeigt sich nicht. Wenn er denn da ist. Er war ja da. Er hat sich versteckt. Kommt doch nicht mehr. Ja, ich guck mal wieder raus. Jetzt läuft er da rein. Hier, wo mein Laser hinzielt. Wie ist das? Oh. Ja. Wie ist das? Ist er nur noch dort, oder? Ja, genau. Da ist er. Ist er noch da? Am weißen Schild, ja. Vorhinter. Das komische Werbeflug. Ja, ist genau dort. Ah. Wie haben wir weggeleitet? Über den Bugeln. Und so noch Schatz. Ist er dort? Was? Was? Ich würde da hier oben erinnern. Treppen habe ich. Dann komme ich nicht mehr runter. Alter. Wollte sich nicht unterbrechen. Aber, aber. Alter. Man sieht sie nicht, diese Arschgeige. Dann haben sie wieder bloß ein Holo drauf. Ja. Immer. Witzlos. Da schießt er immer noch. Oh ja. Das war ein Himmel. Wollen Sie bloß PS-Milie suchen? Hau doch ab. Wollen Sie bloß PS-Milie suchen? 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 Oh, ich habe eine Sniper erwischt. Geil. So, unten kommt was gerade auf und sitzt hier. Okay. Oder kommst du hier hoch? Ja, ich bin gerade Marscher. Du bist gerade Treppe hochgelaufen. Ja. Ich gucke mal runter. Ne, dann kann es sein, dass ich dich gehört habe. Ne, da läuft irgendwas. Wie er hier gewartet hat, alter. Boah, ich muss raus. Da habe ich den nächsten Quagen gehört. Schmeiß die Granate. Jetzt machen wir anders was. Ja, ja. Was? Ja, wie? Was brauche ich? Du nasse Quagen. Warum ist sowas? Du nasse Quagen. Oh. Alter, gibt der mir wieder in Bruch und Blutung und Arm weg, alter. Was? Oh, ich... 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 Das hat am Anfang ganz Spaß gemacht. Oh, jetzt langsam geht es ja auf den Sack. Ja. Andauernd. Ey, die CMS, die ich hier verbrauche, andauernd fehlt hier irgendwelche Gliedmaßen. Und dann rennen die anderen weg. Das ist es ja. Wenn ich getroffen wäre, ich kann nicht rennen. Nee. Naja, die säen ja auch mit dem Retort über 100 Meter. Das ist es ja. Das kommt ja noch dazu, wenn sie wenigstens was Ordentliches hätten. Das ist doch scheiß Panzer geschossen. Was ist das? Also, er ist an mir vorbeigefahren, und dann habe ich auf jeden Fall gehört. Also, so Schüsse habe ich noch nie gehört. Also, ich dachte mir, das muss der gewesen sein. Aber warum? Ja. Wir fahren. Also, das Ding ist und bleibt mir nicht erheuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die. Boah. Den krieg ich dann immer 35 Meter. Ja, 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 Pist, ja. 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 Das kann ich nicht mehr hören. Junge. Gazala, wie es klingt. Krass, die hören bald aus. Haben wir schon mal in den Arme geschossen. Jetzt reicht es mir hier, diese Assi-Quest, Alter. Wo ist denn der Pistbert hin? Wo ist denn diese Drecksau hin jetzt? Vom Eingang hier rechts rum. Da atmet er auch, wie schwer. Jetzt ist er gesturbt. Nix in der Schrofflinke, Alter. Also, er hat sich gerade gesturbt. Die Schrofflinke binden. Die machen mir meistens Angst. Jetzt habe ich den auch in den Schädel geschossen, damit er weg ist. Jetzt muss ich mir erstmal wieder in den Arm. Dann flicken ich weg, das Drecksfahrrad. Langsam kriege ich hier auch schlechte Laune, Junge. Bist du hier mit in der Funde? Ja, ich bin eine Klappe höher. Achso. Dann komme ich hier wieder rein. Ja, ja. Guck mal. Ah, schlusser. Hier, gib ich mal voll. Aha. Ich bin nur damit beschäftigt, mich zusammen zu flicken. Jürgenauer wird hier aufgerutscht. Jürgenauer wird hier aufgerutscht. da redet groß ist das rennt schneller wie meine kugeln der haus gesperrt kommt aber nicht wieder rein rechts oben da draußen ach guck an sei dumm und dann rechts der hustete stehens macht ja ja er wollte doch passen schluten ach so ist kaum aus gewesen kam ja wie willst du hier die auf 35 meter schießen wenn die gute ein kein zwölk schon und hat man als hochlocken fleisch und den langen kann aber ne ist doch kein getan ich bin draußen ich bin durch dieses komische fenster rausgesprungen in den innenhof ich bin jetzt dann irgendwie an der hausecke wo der vorne stand wo die sagt dass da oben steht einer und das da oben gehen und dazu noch das da oben steht nichts gibt es ja nichts gibt es ja nichts gibt es ja nichts gibt es eins nichts gibt es ja nichts gibt es denn Ich bin da. Was ist der hinter dem Schild, alter? Oh, er rennt wieder rein. Ich raste hier noch komplett aus mit dieser Drecksquest. Das ist was für Vollbekloppte. Das mach ich nie wieder, den Mist. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Hast du sie sehen? Ich gehört. Wir sind in den Raum mit der Leite hier. Der Schieffel hat rüber. Hier ist der Schieffel. Hier sind die Gerne. Hier ist der Schieffel. Hier ist der Schieffel. Here ist der Schieffel. Die Schieffel hat sich amy- typically zu einem Schieffel. Hier ist der Schieffel. Einmal hier. Das ist der Schieffel. Ich geh mal wieder rüber durch den Tunnel, auf die andere Seite. Ich bin draußen, da bist du, ich bin rechts von dir, also ja genau, rechts von dir. Der links von mir, oder? Nee, von dir rechts. Du bist von mir rechts? Ja. Ah, ok. Siehst du mich? Siehst du mich? Ich stehe da hinten. Ey, sind schon wieder zwei Sniper? Da drüben. Drei, uah, mit dem bunten Helder. Ah, ok. Ich seh eh nicht. Unter den bunten Buchstaben irgendwo, oder? Oh, da läuft es jetzt hier, da hier, in die Richtung. Ah, ja. Das hieß der auch nicht. Ich bin nur der Köder. Oh, jetzt sieht man ihn wieder nicht. Ich muss da rüber, dann... Oh, ich will erst hier die zwei... Ich hab einen Sniper erschossen. Wieso sind da oben schon wieder zwei? Ok. Oh, jetzt hat er sich wieder verpisst. Hier ist er gar nicht. Ja, immer müsste tot sein. Aber hab ich... Hab ich demnächst... ...Oppen nicht erschossen? Ja, oh, den hab ich... Oh, jetzt nur noch zehn. Ist machbar. Aber was ist's. Oh, aber. Oh, das geht doch. Oh, jetzt machbar ich mich pleasure. Jetzt steht er da im dunklen Bereich, ich sehe ihn nicht. Da bin ich bestimmt dahinter an seiner Trecksbude, um uns nur noch zu verschießen. Alter, Mann! Junge, die ist so verreckt an der Granate nicht, die muss gut geflogen sein, da wo der schießt. Aber hier sind alle Knochen dran. Nicht normal, ja? Also. So. Und jetzt ist der Arm weg. So. 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 Das ist mir zu dumm hier mit denen. Die siehst du nicht. Die kommen hier mit ihrem Rettert, Alter, und schießen hier über tausend Meter. Die sehen dich. Ich glaube, ich habe ihn erschossen. Und? Ich habe ihn erschossen. Hier war noch irgendeiner, ganz nah. Das ist der? Ja. Da kriegst du immer noch ihn. Der ist ja draußen. Der ist so nah, den kannst du auch umbringen. Warte, nee, warte, bleib drin. Ich renne ein Stück zurück. Ja. Ja. Also, da kommt rein, da muss ich nicht bewegen. Das ist recht vom Eingang. Das haben wir noch von der Hinten schon geblieben. Legen um, Playa. Passiert. Wo ist die Ratte jetzt hin? Schießt, kriegt ein paar Hits und verpisst sich. Ich renne jetzt hier rüber. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Damit kriegst du die Wut. Wer ist denn das schon wieder? weiter. Okay, der hat es hinter sich. Ich habe hier nur einen Kopf gesehen. Boah, ey, nie wieder sind die so dim. Das sind keine Punkte, ja? Das ist richtig. Ich habe hier viel zerklassen. Hier gehe ich nicht rüber rein. Ja. 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 Kisela. Kisela. Mein ganzes Tier. Kisela. Mein ganzes Tier. Blatt. Ich schmeiß das da rein. Und die Arme hier hin. Hier hat keiner eine andere Zeit genossen. Auch schon besorgen. Hier ist der Karte. Ich nehme die Arme. Ich mache sie auf die ganze Zeit. Auf die Karte. Wie geht es? Ich nehme alles an! Ich nehme die Arme hier mit einem Schluch. Ich mache die Arme mit einer Schmerzen. Ich nehme die Arme über die Arme hieren. Ich nehme die Arme heraus. Ja, muss ja da sein. Ich habe den ja bloß angeschossen vorhin. Oh, er hat sich gepisst. Ja. Ja, muss ja da sein. Und da oben ist auch ein Sniper. Wo du? Ganz auf so einem braunen Haus und da recht diagonal für uns. Da sind wir gelogen, gerade der Idiot. Aber nicht da wo wir hier oben, wo der Zaun da ist und die Lücke. Ne, ne, da wo du hinguckst. Da links gegenüber. Da drüben, ja? Das braune, ja, da war einer oben. Was? Ach du Scheiße. Ist aber hintergeloben. Mit der Straße, ja. Ja, ich hab noch nie gesehen. Oh, ich hab keine Lust mehr bei jemandem. Du hast das angefangen. Ist auch keiner mehr da hier. Ne. Okay. Okay. Ja, ich greife nicht. Ich lauf hier einfach mal hier den Apothekenweg hoch. Ja, okay. Ah, das wird auch noch. Okay. Den hab ich nochmal an die Fresse geschossen. Naja, ist jetzt auch egal. Der muss weg. Da ist eine Bedrohung. Ja. Da ist eine Bedrohung. Ja. Oder... Ich höre nur den Sound. Ich höre nur den Sound. Ja. Ja. Da hinten, die sind da auch recht weit verstreut. Ja. Das könnten auch 35 Meter sein. Ja. Ja. Da hinten noch. Ja. Diese Quest ist so dermaßen sackgange. Mh. Ich bin wahrscheinlich der einzige Volli-Flooter, den noch macht, weil die andere schon gemacht haben und wissen, was das für eine Rotze ist. Was? Wir rennen dann hier rüber auf die andere Seite. Da liegen wir schon totes Fest rum. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Eine Runde noch, denke ich mal. Und dann klappen. Ja. Wenn alles gut läuft. Mh. Da hat sich vor der Kinnlade gekriegt. Ja. Ein Genickschuss. Da hat gerade verträumt an die Wand geguckt. Eine Nackenfälle. Ja, wenn der Panzer da ist, dann verbissen die Skepsis sowieso. Irgendwie hab ich so das Gefühl. Oh, hier wie rumgeguckt, Alter. Ziehst du rein? Mh. Eins, Alter. Ja, ja. Da hat keine Form. Oh. Haha. Sack. Guck mal, der fährt einfach so rückwärts. Ja. Geil. Ah, gut gemacht. Ja. Ich meine, trotz stellenweise Frustration hast du immer so kleine Sachen wie der Panzer, wo ich mich daran erfreuen kann. Dann krieg ich immer gute Laune. Na ja, hier sind keine mehr. Dann rauf mal rein. Und dann müssen es auch nur noch Skepsis sein, weißt du. Ich möchte mal wissen, wie viele BMCs ich jetzt schon erschossen habe. Durch einen Schuss in Thorax oder sowas. Mhm. Stimmt. Da gibt es auch nichts mehr. Nichts nehmbar alles. Für mich. Das war die ganze Gute vor allem. Ja. Das sieht aus, als könnte man es nehmen, aber nee. Nichts. Ja. Ja. Ich gehe auch mal schnell eine Qualmblei. Oh, das frustriert. Ich meine, es ist wirklich heiß. Masken habe doch. Ja, ist doch gut. Wenigstens aber. Überlebt. Das reicht. Einen Bär habe ich am Anfang erschossen. Mit Skepsis bloß. Hä? Okay. PMC dabei. Ah. Ach, da war das. Da war das gar kein Skepsis nach der Stand. Das war doch ein PMC. Da vorne an der Ecke, wo ich als erstes nicht erschossen habe. Mhm. Dann noch ein Bär, noch ein Bär. Ja, das waren die zwei am Schluss, ja. Jetzt sind manchmal PMCs dabei. Die sehen da aus wie Skepsis. Das kommt. en